Oh ja, ich muss das hier noch ... Hallo, hallo? Hello! Ah, es läuft! Yeah! Ich dachte, warum schlägt sie ihre Finger ab, wenn sie die Kamera abbliehen? Kannst du das aufmachen? Es ist noch Schnee drin. Hat das genug Platz für die Batterie, dass ich das laufen lassen kann? Ähm, in den Dürfen. Das ist richtig Pio Vidu. Pio Vidu, du bist nicht am Snowboarden. Wuh! 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 Und dann, ähm, nachher müssen ihr mich auch zuschauen. Jetzt hat es noch Schnee drauf. Welcome to my blog, guys! Welcome to my blog! Also, wir fahren gleich so runter. Ich habe recht hier. Wunderbar, Kameramann. Ah, ganz nahe. Ich filme. Jetzt hat sie extra aufs Show gemacht. So, jetzt habe ich etwas aufgeholt. Tanzen auf der Kamera. Ja, das ist gut. Es hat Schnee drauf, dann ist mein Versagen nicht abgebildet. Nein, gar nicht. Oh, jetzt dürfen wir keine dumme Sprüche mehr reissen, weil wir auf der Kamera sind. Ah! Ah, meine Hand! Ah, das hat verdammt. Ah, das ist ein Meter! Mein arme Arthmeta Carpale Phalangealis. Meine Gäste wird genehmigt aus. Am Brennen! Nein, genau, wenn ich die Kamera noch nicht an habe. Was habt ihr hier angebracht? Was? Was? Du bist schnell! Sie sehen mich rollen. Schneemann! Du denkst, du kannst Englisch sprechen? Hä? Wie gut ist dein Englisch eigentlich? Nicht sehr gut! Nicht sehr gut! Nein, nein! Hi, Leute! Wir sind hier in Kloster. Wir können nichts sehen. Also, da unten ist... Okay, du kannst nichts sehen. Wir müssen da unten gehen. Ich gehe nach der Posten. Zu der Posten! Zu der Posten! Schwiss sprechen Englisch, hä? Aber hier kannst du sehen, wie skillvoll Jessica ist mit ihrer Snowboard. Wow! Oh! Ein fallen Soldat! Ah, mein Arthmeta! Wo ist Luciana? I gave you a one! But the very next day! You're moving away! Ah, here she is! It is here! To save me from tears! Give it to someone special! What do you think of this road we have in front of us? Yes, it's scary! It is! Oh, ich sehe schon, wie ich richtig cringe werde mit dem Englisch, wenn ich das höre. I really feel like a celebrity right now. I'm the handsome cameraman. I'm just doing an interview with myself. Hi, I'm Nick and my hobbies are... Snowboarding? And seeing Jessica fail in snowboarding? It's pure skill, you can see here. Heheh! Heheh! Elegant! Auf Englisch! Elegant! Ahh, Jessica, you just killed me! Wenn ich es nicht wegwerfen werde, dann ist es Jessica's fault. Ich habe es auf der Kamera, du hast es einfach komplett verlaufen. Ich will einen Kreis machen. Oh nein! Oh nein! Das Wetter ist so schlecht. Wir sind nur ein Mann. Literally. Es ist deine Falt. Ah! 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 It's me! I'm taking over! I'm taking over! Ah! 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 So, wie geht's dir? Ah! 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 Oh, wie geht's dir? Ah! 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 Jodi, 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 jodi. Wir können ja auch in Hochdeutsch... Hochdeutsch? Hochdeutsch. Hochdeutsch. Und dann kennen ja die Schweizer und die Deutschen und die Österreicher. Ja, das Problem ist, wir Schweizer reden ziemlich beschissen! Das ist immer das gleiche Problem, dass immer wieder am Anfang hier... Was ist das da? Die Treppe. Die Treppe. Du verstehst mich ja. Du verstehst mich ja. Ich. Genau. Anstatt ich. Ich. Aber noch bei den hellen Vokalen. Hell? Die hat Farbe? Du sagst noch und nicht noch. Ich habe gerne, wie sie St. Gallen sagen. St. Gallen. St. Gallen. St. Gallen. St. Gallen. I'm currently up here. Some supposed to come out today. But yeah. So that's what's up. I told the others to go ahead of me because I'm just too slow to keep up like nah so I want them to like have some fun. So I'm gonna just go in my own pace really slowly you feel me. I'm so dry all my days and it's so cold but whatever let's go. So. Ah. Jaja. Oh nein. Haben wir es so gemacht? Oh nein. Nein. So etwas. Dich sehen wir gar nicht. Crazy. So etwas. Auf einmal. Ja. Oh nein. So etwas zu tun. Tö. Das ist irgendwie sehr So etwas zu tun. Oh nein. So etwas zu tun. So etwas zu tun. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.